Hey, würdest du mit mir teilen? Oh, Adam starrt mich an. Ah, hi. Tschüss, Kate. Was? Willst du meinen Snack teilen, Adam? Oh, nee, wie verschwindet meine Süßigkeiten an, den Typen? Na, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Ihr könnt Süßigkeiten nämlich direkt in die Haarbürste packen. Sie passen perfekt unter die Borsten. Wenn ihr also dringend etwas Zucker braucht, kämmt euch einfach die Haare. Hey, gib mir mal welche. Na, egal. Oh, diese Stunde könnte ein bisschen Aufregung vertragen. Und wenn es auch nur in meinem Mund ist. Passt auf, Mädels. Oh, nee. Das Ding ist echt lang, hm? Es könnte die ganze Welt umkreisen. Was zum... Äh. Ach, mein Kaugummi. Mensch, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hey. Diese Klebebandrolle ist perfekt. Aber die eignet sich noch für viel mehr als nur Klebeband. Das sind tolle Kaugummi-Spender. Jetzt kann man das perfekte Stück abreißen. Wow. Danke, Jen. Kein Problem. Wow. Der ist schon ein Snack, oder? Ach, dem könnte ich stundenlang beim Reden zuhören. Danke, dass du mich zum Spind gebracht hast. Ich brauche nur noch meine Bücher. Achtung, Lawine, Jennifer. Wow. Was für ein Chaos. Warte. Wo gehst du denn hin? Ja. Sieht aus, als würden ordentliche Mädchen bevorzugt, Jen. Mensch, ich werde sein Lächeln echt vermissen. Ja, Zeit, endlich mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Noch eine Pommespackung übrig? Mach die mit einem Magneten an deinen Spind dran. So, da passen jetzt Stifte und Marker rein. Alles an seinen Platz. Das sieht doch schon viel besser aus. Und, gefällt's dir? Ich bin einfach gerne ordentlich. Okay, ich hab wieder eine Chance. Psst, Lilly. Hä? Kevin hat rote Nägel? Oh, das muss ich sehen. Oh, ich sollte das Ding lieber weglegen, bevor der Lehrer es noch sieht. Oh, Archie. Oh, nee. Alle werden meine Notizen sehen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was haben wir denn hier? Sind das Notizen? Lasst uns mal eine lesen, hm? Die Lehrerin hat eine lustige Frisur. Na, bleib du mal die ganze Nacht wach. Da würde ich ja gerne sehen, wie du morgens aussiehst. Oh, nee. Von allen Notizen hat sie ausgerechnet die gelesen. Trägst du sensible Materialien mit dir herum? Nimm ein Notizbuch und schneide etwas Papier aus, das etwa halb so groß ist. Nimm jetzt deinen Klebestift und trage Kleber auf die Seiten auf. Drehe das Papier um und drück es auf die untere Hälfte des Buches. Stelle sicher, dass du es mit den Fingern nach unten drückst, um es sicher anzukleben. Sobald dies erledigt ist, finde ein dekoratives Klebeband und gestalte es, wie du willst. Wir haben uns für Herzchen entschieden, aber vergiss nicht, die Enden einzuklemmen. Wow, schau dir diese praktische Tasche für Notizen an. Hey Amy, hast du noch eine Notiz für mich? Jetzt musst du dich nie wieder um unglückliche Ausritscher sorgen. Du kannst dir keinen Tag ohne deinen Lieblingskaugummi vorstellen? Dann weißt du wahrscheinlich schon, dass das Kaugummi-Kauen während des Unterrichts super schwer sein kann. Ja, mein Lieblingsgeschmack. Eins, zwei, drei, boom. Ah, Mensch, Lilly, du hast mich wirklich erschreckt. Aber wenn du mir ein Stück Kaugummi gibst, vergeb ich dir. Kevin, du kannst dich einfach um meinen Kaugummi klauen. Wenn du eine Tarnung für deinen Kaugummi brauchst, dann leg die Lösung direkt vor deiner Nase. Wenn du einen rechteckigen Textmarker herumliegen hast, schnapp dir einen Cutter und schneide die Kunststoffspitze ab. Nimm als nächstes etwas Heißkleber und gib es auf die Spitze, die du gerade geschnitten hast. Klebe es nun auf das Ende deiner Lieblingspackung Kaugummi. Wenn du das Logo des Textmarkers auf die entsprechende Farbe drucken kannst, bekommst du einen geheimen Kaugummi-Spender. Niemand wird jemals wissen, dass du während dem Markieren von Texten auch in Kaugummi schwelgst. Ja, das bleibt unser kleines Geheimnis, okay? Hey, Lilly, kaufst du Kaugummi? Aber wo ist er denn? Ich sehe keinen auf deinem Tisch. Ja, das liegt daran, dass es in ihrem Textmarker versteckt ist. Sorry, Kevin. Ach, Strubbeler-Alarm. Ja, das sollte das Problem lösen. Was? Der Physiktest ist heute? Oh nee, wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht kann ich noch schnell ein bisschen lernen. Ja, das Ding hat schon lange kein Tageslicht mehr gesehen. Oh, das nenne ich eine Staubwolke. Ach. Mensch, das werde ich mir nie merken können. Ich fall bestimmt durch. Och. Als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte. Mann. Moment mal. Ich kann aber auf meine Haut schreiben, oder? Ich hatte gerade die brillanteste Idee. Ich schreibe die Antworten einfach auf mein Knie. Das ist der coolste Spickzettel. Ich muss mir nie wieder Formeln merken. So nutzt man, was man hat, Madison. Und um sicherzustellen, dass es nicht verschmiert, hilft High Spray weiter. Perfekt. Ich habe mich noch nie so vorbereitet gefühlt. Es ist das perfekte Verbrechen. Und wenn die Lehrerin nicht hinschaut, einfach kurz am Knie spicken. Ich wusste, es war richtig früher hier zu sein. Niemand hier, also Zeit an die Arbeit zu gehen. Gleich wird mein kleiner Spicker fertig sein. Ich schreibe einfach die Antworten von meinem Telefon ab. Oh Mann, ich schreibe die nicht immer richtig ab, wenn sie direkt vor mir liegen. Kein Problem. Dafür gibt es Radiergummis. Oh nee, mein Spickzettel. Oh je, wenn ich den nur wieder zusammenbringen könnte. Warte, es gibt einen Weg. Ah, Klebeband. Mach, was du am besten kannst. Warte, du kannst mir noch mehr helfen. Zuerst brauche ich einen Papierstreifen so breit wie das Klebeband. Jetzt die Notizen draufschreiben. Oh, algebra, warum musst du auch so schwer sein? Jetzt kommt das Klebeband zum Einsatz. Ich brauche einen langen Streifen, aber nicht von der Rolle abreißen. Vorsichtig die Papierstreifen auf das Klebeband legen. So, das sitzt perfekt. Jetzt nur noch das Band vorsichtig zurückrollen. Alles drin und startklar. Niemand wird das mitbekommen. Oh, Klebeband, du wirst mir helfen, eine Eins zu bekommen. Schau dir all diese süßen Gleichungen an. Wow, Kate, du bist früh hier. Schau, was ich gemacht habe. Alle Gleichungen sind griffbereit. Oh, das ist ehrlich gesagt das Cleverste, was du jemals gemacht hast. Jetzt wird es Zeit für einen weiteren Algebratest. Okay, Klebeband, enttäusch mich nicht. Eigentlich freue ich mich schon, diesen Test zu machen. Okay, hier ist dein Test, Kate. Vielen Dank, Herr Klackmann. In Ordnung, an die Arbeit. Zeit für mein kleines Tape. Genau am richtigen Ort. Hallo, Antwort auf die erste Aufgabe. Und auf die zweite und die dritte Aufgabe. Okay, nur noch eine Aufgabe. Los geht's, Nummer vier. Warte, was hat das denn mit der vierten Frage auf sich? Okay, schau dir einfach das Tape an. Ist sie hier, hier oder hier? Mann, irgendwo muss das doch stehen. Okay, du siehst aus wie eine Mumie. Bravo, Kate. Und jetzt raus mit dir. Okay. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Okay. Okay, du siehst die zweite Frage. maximize.